Also Fritzchen, ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich mit dir machen soll. Du machst nie deine Hausaufgaben, du musst ständig nachsitzen. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich mit dir noch tun soll. Mir reicht's jetzt. Ich rufe jetzt deine Mutter an. Es reicht einfach. Ich rufe jetzt. Ja, ich rufe jetzt. Oh, du hast es viel Zeit. Oh, kechle. Musik Pepličku, vstávaj do školy. Už je moc hodin. Mama, lass mich noch ein bisschen länger schlafen. No tak, Pepličku, vstávaj! Už je opravdu moc hodin. Musiš do školy. Ich will aber nicht. Die Schuhe sind gemein zu mir und die Lehrer nerven total. Ale Pepličku, no, ja už je opravdu zlobim. Okamžite vstaň a biš do školy. Nen mi doch bitte wenigstens zwei gute Gründe, warum ich in die doofe Schule gehen sollte. Za prve je ti čtyřicet pět, a za druhé si ředitel. Ich will aber nicht in die doofe Schule gehen, mamie. Hvala. 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 Zdravi. rich. o. thank you. Untertitelung des ZDF, 2020